zu bieten nur was er jetzt machen ich verlasse spiel wieder so über hast du die quest angenommen oder was ja ich stehe schon in Ragnaros drinnen sehr gut Lennart dann kommen wir nicht wieder raus man kann sich ja nicht in die Stadt teleportieren das ist natürlich sehr slow perfekt wie viel dir besser hast du jetzt 2.800 habe ich ja viel weniger als du 20.000 Leben 1.500 Rüstung das wird immer weniger oder was das machen wir ok 2.000 Rüstung 4.800 aber dafür 130 oh shit ich hab Schessfahrer genau das ist einer der Schwestenbosse I don't care ja ich care aber das ist noch nie ausgestattet gerade geklappt haben na los machen zählt nicht zählt nicht Prozent Prozent hallo kann so auch mit dem Schwestenbockberg jetzt danke her das macht er Jo und das hat er so sieht es nämlich aus aber wenn er auf jeden Fall nicht mehr 60 werden weiß nicht zwei fünf Prozent noch auszunehmen Prozent das ist das Prozent Prozent Pelsen oder wohl wo wenn man ja zwei Sockel die Wiener um 48 Stärke und 49 weiter wird hier meine dann bräuchte Senk EU ja komm schon jetzt ist das er wird und gleich bin ich 50 suite mit 20 Prozent denn es um 10.000 Leben und mehr ja wird ja schweiß Schaschmann die Zielsicherheit scheiß Zeugster mit der Medieter auf wenn man übersehen es ist ein cool by the number nice Monzer du stinkst Monzer du stinkst Tja wie viel der abzieht alter dieser Hämmer nächt ihr Ja wenn du da von Edith treffen darf ich nicht einfach so hin stehen ich bleibe Verdammte davon treffen es ist einfach mal da das ist doch super gegen die Wand hier ist ein Bobo Vater hier hin schnell hier ist ein Bobo was ist das? LOL 3 Steine einfach mal Römer aber Treibs natt zum 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 der Abwehr im Stärken die Hälfte haben müssen keine Option mehr wir haben so mit Stücken die Füße in den Zielen ich will seine Gord des André ist als Geschenk Geschenk und dann kommt die Abonnementfalle sie sind schon schlecht genug hier oben geht es nicht hin wo es nicht scheiß wir suchen noch einen Hellriff oder nicht Joach ja ach du Scheiß Leute Teleport mach kein Scheiß Kinder ja eventuell, eventuell, eventuell ich muss noch ein Skill rauspacken hm, was pack ich da rein ah, Evocation ah, wo geht's denn hier mal weiter ach, ich werfe die ganze Zeit Haltrinke weg die besser sind als meine was ist denn hin? ja ist doch nice so, hier muss es jetzt aber sein genau hier ist es jetzt nicht ja hier muss es jetzt ja sein auch nicht voll so viele andere Möglichkeiten gibt's doch jetzt gar nicht na doch, es gibt nur ein, zwei ach, da hinten wieder oder was ja hier ist nur eins aha super, das allerletzte ja, komm mal direkt rein wird direkt hier vergewaltigt mit irgendwelchen Dämonen hier ach, fuck, so wie gib mir die Resplendent Fels jawohl, nein, danke pass auf, den Chippen da hier auch, ne ja, ja der ist böse jetzt geht weg, ich geh jetzt zu Kubi selbst zwar nackig, aber trotzdem muss ich vielleicht töten dann finde ich irgendwelche Monklaufen ich bin die Vorwürste sind da das ist egal, die stehen dann am Earthquake drin das ist so cool, ey oh, shit, ey ich hätte es nicht gedacht dass wir noch was 50 ist schaffen weg 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 ja kommst daneben das ist so viel mehr wenn die Bauhaus und so ein Schlag nehmach präsentiert ich stelle mich hier hin hallo ja ist nicht die fach und mein kater legt sich hier echt hin es ist unglaublich ja jetzt haut er einfach wieder ab ne ne kein bock mehr jawoll ja dann machen wir auch direkt auch noch durch würde ich sagen sie hier die nächste Ebene bestimmt richtig lustig ich glaube dann bin ich meine Freundes ist mit am weitesten bei Hardcore ich habe es bisher noch kein Blatt gesehen der 60 war nur da war nicht die Reihe die Meisterin ich kenne so auch was so entweder gar nicht angefangen oder so 20 30 jahre hat hat auch 5 6 so wie nicht ich habe hier noch einen Helm für dich glaube ich oder ist der gut nein will der Chris jetzt auch wieder irgendwas schenken ich bin ich krieg durch 30 Nachrichten ja jetzt sterbe ich dabei dass ich den Leuten danke schild 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 aber man jetzt ist Konsell Silberste ja die Lieden hier werden jetzt echt Dirty hier leer spricht sie bloß nicht an das Problem ist nicht sie selbst das Problem sind die Kräger die danach auskommen vorhanden es ist einfach nur noch Hörer da schnell weg geht es auch Zollton was machst du denn hier Buch das ist ein Verbrauch auf die Welt m das war die Klinik war es zu lernen der Hunde sollte die Wunde Böse inzwischen groß und böse dort ist auch gerade das auf den Akt 4 Keyboarden treffen Das wäre zu heftig, ey. Ja, Mann. Kann ich irgendwann mal wieder was tun? Danke.